ich habe es damals nicht geschafft bis dahin ich bin vorher tatsächlich verunglückt und bin auch aus dem auto rausgekrochen hatte aber das ziel nicht erreicht und rein zufällig im selben motel wo er ist rein zufällig die stimmung hier ist bedrückt vom vierten zehnjährigen schon maß fehlt noch immer jede spur hallo schöne frau was kann ich für sie tun ein zimmer bitte füllen sie das aus was ein schmieriger lappen medison page 27 ledig wie lange bleiben sie bei uns miss page ich weiß nicht zimmer 201 letzter stock treppe ist im hof rechts danke war mir ein vergnügen lady das glaube ich wir können auch hier hallo sind sie okay ich rufe den notarzt nein kein notarzt sie sind verletzt sie brauchen einen arzt bitte ich will nur in mein zimmer zimmer 207 zimmer 207 Den Schlüssel? Sie sehen schlimm alles. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet. Die Runde sieht schlimm aus. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Das kann ich mir vorstellen. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Paracomol-Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Das war super. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten, zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich... Ich brauche eine Dusche. Okay. Ich helfe Ihnen. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Ich finde es aber super. Dieses Thema Schmerzmittel so. Hier. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Überhaupt nicht großartig. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein. Ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann... verbringe ich die Nacht hier. Ich... Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Bin ich Bremde verarzt? Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Ich bin Architekt. mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens... Wie heißen Sie eigentlich? Wie heißen Sie eigentlich? Eason. Passen Sie auf sich auf. Ihr müsstet euch das eigentlich auch mal selber fragen. Wenn ihr in eine Situation wäre, wie weit würdet ihr gehen, um euren eigenen Sohn oder die eigene Tochter zu retten? Was würdet ihr machen? Würdet ihr genauso wie er alles geben? Und es ist ja immer noch eine Chance, dass es dann nicht... schaffen. Die Chance besteht ja leider. So sieht's, sagt er es. Das sagt ja in dem Fall, sagt das erst mal jeder. Die Frage ist nur wirklich... Wenn es wirklich über die Grenze des Menschlichen hinausgeht, und das wird ja auch... Das kann ich ja verraten, dass es ist... Es wird nicht besser, als das, was jetzt mit dem Auto da passiert ist. Es wird definitiv nicht besser. Ja? Und das ist halt wirklich die Frage. Ja, no risk, no fun, klar, aber... Ja gut, du hast recht. Das ändert sich. Ich will mich gar nicht erst dran gewöhnen. Das ist er. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Scheiße, warum machen Sie sich der Haut auf? Hey, mein Vorsitz. Hey, Mann, pass' auf, Mann! Hey, Mann, pass' auf! Hau, halt' auf! Hup! Hup, Alter! Die Hühner, Alter! Die Hühner! Hup, Alter! Schön zwischen die Schweinehälften hier durch. Da hat gerade was gezuckt, da ist er, oh, erschrocken hat er mich, der Arsch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.